ja 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 hey, soll ich mal irgendein Spiel mal aufnehmen und dann im Internet stellen? Profi-Data? Toll bis dahin habe ich dann schon aufgenommen, na klar möchtest du das? Ja, kannst du aufnehmen Hallo Das ist der Daniel Sofja, ich muss dir warten die SMS da letztes Mal, die war doch von mir ja, weiß man, wo Fawad Fanny hatte? Wieso erst? Warte mal, warte mal wie war das denn? Da habe ich SMS bekommen von dieser die SMS da letztes Mal gespringen habe so, so der ist die Gäste Ach ja, stimmt der, wo Fawad noch das Handy ablässt Na, war seine Vertreterung? Keine Ahnung dann ist es immer noch auf dem Telefon dann ist es auch ja Herr Bromensberger hat ausgemacht ja das ist an der Möglichkeit gegen Ulmer gegen Ulmer haben wir äh, 10-8 äh, die Ulmer Ulmer, Ulmer, Ulmer Ulmer, Ulmer Ulmer 10-8 verloren ja ja also umgekehrt ja, mindestens 10-8 gewinnen ne, 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 ne oder mehr oder mehr oder mehr wenn man so spielen, wie die in die Kinderhalter spiele Das sind die Dater hier Das sind die Dater hier Das sind die Dater hier Die werden auch ablängende Tänke 60 Punkte, das sind schlapp hier 60 Punkte, das sind schlapp hier 60 Punkte, ja 80 Die werden auch mit der Dater ablängende Tänke Das ist unser Billardtisch hier und das ist unsere Kleid äh das ist unser Teufel ja das ist unser Teufel ja aber der steht nicht auf äh 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 Black David 2 ja die Teile sind einfach nicht äh das ist unser Teufel so groß ist der und natürlich und mach grad Video von unserem Verein und das wollen wir dann im Internet stellen das ist unser Maskottchen sieht auch schon so aus ne das ist der auch war ja der Alte ich bin natürlich der Captain Playboy genau, Playboy da stellen wir mal direkt 4 oder mehr nicht das ist unsere Bar ja das ist unser Lichern aber die Lichern sehen hammergeil aus durchm Kern jetzt ist das Lichern